The games have just begun Ja hi Leute Ich beginne diesmal ein bisschen später Also gleich auf der Quest Weil es eh nur zum Farmen ist Und weil ich ein paar Erneuerungen habe Also ich ein paar Erneuerungen einführen werde Als erstes Ich werde nach dieser Aufnahme anfangen In Sessions aufzunehmen Also nicht nur einzelne Displayparts Und Also nicht nur einzelne Displayparts Sondern mehrere hintereinander Es hat zum einen den Vorteil Ich muss nicht immer einliken Und Ich muss auch nicht immer Mich verabschieden sozusagen Okay manche werden es als Nachteil sehen Aber Es hat nach einer Weile einfach genervt Ähm Ein anderes Problem dabei ist auch noch Dass ich Also das Aufnahmeprogramm Ähm Ja das ich benutze Manchmal Nur Screenshots Gifts Und Keine Filme Sozusagen Ähm Ich hoffe ihr werdet euch schnell daran gewöhnen Oder anders Ich hoffe dass es nicht allzu oft vorkommt Und Ja jetzt Zurück zum Display sozusagen Ich brauchte noch eine Velocityp Ich brauchte noch eine Velocityp Haut glaube ich Ich habe jetzt nicht nachgeguckt Ich habe mich einfach schnell Reingestürzt Ich bin mit Langschwert unterwegs Denn das will ich ja jetzt auch verbessern Und es ist die gleiche Quest wie im letzten Teil Ähm ja Das ist halt eben nicht mit Hammer Sondern mit Langschwert Und Ich hoffe dass ich es schnell bekommen werde Ich stehe auch ein bisschen unter Zeitdruck Denn vielleicht kommt Steam Und wir werden vielleicht ein bisschen aufnehmen Das heißt Ich muss mich ein bisschen beeilen Ja 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 Oh nein 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 Röser Toni Ganz Röser Toni Ach Zahn Ach dann das nächste Und äh Ja ich entschuldige mich auch Dass ich so lange keine Videos mehr gemacht habe Weil Ich habe jetzt nicht die Möglichkeit zu sagen Dass mein Computer nicht funktioniert Das wäre gelogen Ähm Weil sonst würde Steam ja weitermachen Das ist ein Grund Ähm Bei mir ist ganz einfach das Problem Naja äh wie soll ich es euch beschreiben Ich sag einfach Ich nenne mal ein kleines Flachwitzchen Hab ich mir ausgedacht Ähm Scheiß Latein Irgendwann werde ich es jetzt noch töten Ach verdammt Da ist mir schon jemand zuvor gekommen Ich weiß es ist nicht gut Deswegen ist es ja auch ein Flachwitz Aber Ja So wie wir uns steht Das jetzt kommen ja 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 Gleich mit dem Kongalala anfangen kann, den ich hier mit Landstatt machen möchte. Ja, dann sammle ich mal noch ein paar Spezialpilze, geben Punkte. Ja, Toni, sammle mit. Laufpilz erhalten. Spezialpilz. Und Quest abgeschlossen. Ja, das waren jetzt 4 Minuten 18. Hm, hätten noch Zeit dafür, das nochmal zu machen. Und, hier ist die Haut. Gut, Telefon klingelt, ich mach mal kurz auf Pause. So, bin wieder da. Ähm, war ein Anruf von der Zahnarztpraxis, dass meine Mutter heute einen Termin hatte. Aber leider ist sie verhindert, hat es bloß wirklich anzurufen. So, also Toni hat nichts... Nichts allzu selten mitgenommen. Aber, na, okay. So, hier Spezialpilze, hat sich alles gelohnt. Ja, dem wird Trumme. Oh, he. Es war dann wohl doch nicht besonders groß. Gut, dann eher doch klein. Speichervorgang läuft. Gut. Dann. Jetzt müsste ich mir rein theoretisch das Langschild bauen können. Ach, leider. Gut. Was mir auch gefallen ist, ich bräuchte auch irgendwann mal, also irgendwann mal bald, eine neue Rüstung. Ach, genau ein Katana-Wolf. Ja, dann schnell mal gebaut. Schnell ist gut. Gut. Piskus reichs zahlen. Ja. Können wir auch irgendwann bald machen. Gear Break-Schuppe. Geht sowieso schnell. Gut. Na, dann kann ich mich ja auch zum letzten Mal verabschieden. Ja, okay. Kann sein, dass ich immer bei Aufnahmepausen Tschüss sage. Aber, gut. Also, nein, nicht ohne Spiel. Ja, speichern. So, also. Ich lege mich schlafen. Das war jetzt nur ein kurzer Part, um die Neuerungen anzusagen und schnell zu farmen. Dann, wie gesagt, ciao und ja, bis zum nächsten Mal. Ja, bis zum nächsten Mal.